Stehen wir im Weg? So wie eure Motorräder stehen, alle Minute 4 Fahrer. Fahrt oben in den Berg rein, ihr kommt zuerst ins Schlammloch, das zur Zeit relativ trocken ist, wird wahrscheinlich bis zum Schluss halten. Dann gibt es eine Umfahrung für Einsteiger Klasse 7, 8 und 9, guckt hier nochmal auf die Tafel, ist ausgeschildert, die fahren den gelben Pfeilen nach, alle anderen die roten Pfeile. So, wir gehen. 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 Wir gehen. So, wir gehen. So, wir gehen. So, wir werden hier auf die Bleаз des Orbis zurücklesen. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Ja! Warte mal, Juni! Ja! Wir winken mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist die Hölfe, jetzt gehst du ja auf mich. Das ist doch nicht schön. Ja! Wunderbar! Es wird doch nichts! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.